Oh, cool. Ich war ein bisschen unterwegs, ja. Ja, nice. Äh, so, wait a minute. Wir brauchen... Dom will die einzige Frau sein unter euch. Not bad, though. True that. Not bad, though. Es kann dir nur eine Frau geben. Okay, Medium Quality... Ach, nee, warte mal, wir wollten erstmal ne... Wir brauchen erstmal eine... Nee, ich baue erstmal das Auto, damit ich weiß, wie groß das Auto ist. Ich baue es erstmal. Ich weiß nicht, eben, ich würde das vielleicht auch außerhalb der Mauern bauen. Was ist das Auto? Weil wir wissen nicht, ob das durch ein Tor passt. Ja, ist true. Ja, ich baue es erstmal... Aber ist das jetzt das, was ich brauche? Alles? Du brauchst das alles. Okay, dann mache ich... Ja, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Profi. Ich crafte mal vor mich hin. Crafte einfach mal vor mich hin. So, was ist das? Quality Valves. Ja, machen wir auch mal. Machen wir auch mal. Machen wir... Wollen wir... Hm. Was für ein Auto wollen wir? Wollen wir so ein Truck haben? Oder... Oder... Und Storage? Also offen oder nicht offen? Oder ein Tank? Oder beides? Nee, das geht nicht. Wir haben ein paar tausend Scrap. Ja, ich baue jetzt erstmal nur ein Auto. Warte mal, ich mache jetzt erstmal den Storage Vehicle ganz normal. Ich glaube, der ist clever. So. Den da? Äh, dann brauchen wir noch den. Den habe ich schon gemacht. Passenger ist auch geil. Ah, warte mal. Ist das... Cockpit? Single Module Cockpit for Drive and One Passenger. Single Module Cockpit for Drive and One Passenger with a small engine. Brauchen wir das mit der Engine? Weil dann baue ich die Engine. Single Module Seating for Two Passengers with Protection at the Front. Never mind! Wir können ja nur lernen. Also, einfach mal machen. Ich mache das da. Ich mache das da. Craft. Ah, nee. Ich brauche High Quality Metal. Unlucky. Ja. Wait. Ah, ich dachte, das ist Selina. Nein, ich habe auch rein. Hm, toll. Freut mich sehr. Ah, sorry. Wir haben keine High Quality Metal, oder? Hä? Haben wir keine High Quality Metal? Ach, du bist so nervig. Weiß ich nicht. Wenn es hier nicht mehr drin ist, haben wir keins mehr. Wir brauchen mal High Quality Metal. Wir haben noch ein bisschen... Oha. Ohre. Ja, warte mal. Da mache ich da was anderes. Da mache ich da weiter. Das... Das... Das da. Cockpit Vehicle Module. Single Module Seating. Wir haben inzwischen übrigens so viel Sulfur, dass ich ein bisschen Sprengstoff machen kann. Und dann können wir Relaxed Space besuchen gehen. Craften. Hey, Jackie. Dankeschön. Mein Ton ist abgeschmiert, was du was gesagt hast. Ja, ich habe gesagt, kommst du deswegen nicht mehr. Kommst du deswegen nicht on. Ich könnte gleich noch ein bisschen online kommen. Kommen wir nur 15 bis 30 circa oder so. Ach so. Nur wenn du willst, Selina. Wenn nicht, ist kein Muss. Um Gottes Willen. Nur wenn du Lust hast. Hey, Assistant Ghost. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Okay, ich hoffe, dass du das hier muss. Meinst du ja? Aber wenn ich die Sache jetzt baue, hilft es mir auch nichts, oder? Wie meinst du? Weil ich brauche ja wahrscheinlich... Ich kann hier nicht einfach zusammenbasteln, die Dinger. Ähm. Warum solltest du die denn nicht zusammenbasteln können? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie das geht. Das war mein Fenster. Das hat mich auch gar nicht erschreckt. Ich brauche trotzdem noch High Quality Metal. Wir brauchen High Quality Metal. Äh, ich habe 57 jetzt. Hier. Nice. Dann... Was hast du mir gerade gegeben? Hä? Oh mein Gott. Vielen lieben Dank für deinen Sub. What? Dankeschön. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Das freut mich gerade ultra. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Crew. Jetzt auch mit Anker vorm Namen. Hammer. Dafür spiele ich extra Elite. Was hast du mir eigentlich aktuell gerade gegeben? High Quality Metal. Hier. Aber ich keinen Platz habe. That's why. Und was haben wir noch weg? Das haben wir auch schon mal weg. Ich will mir auf jeden Fall jetzt so ein Visier bauen, damit ich Leute wechseln halten kann. Die Pants hatten ihre negative Wirkung. Sorry, High Rock. Sorry. I'm so sorry. Aber wenn es so funktioniert, dann mache ich natürlich so weiter. Auch bei Selina im Stream. Ich sage, wie es ist. Oh ja, und ich kann jetzt einen Rocket Launcher und Rockets bauen. Okay, krasser Typ. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier die Sachen. Ich weiß jetzt wieder, warum ich das in der Tasche hatte. Das High Quality Metal. Wait, warum habe ich hier... Ich muss noch... Also, ich habe erst Hashtag Silent verstanden, weil das würde eigentlich auch passen. Silent Pass auch. So. Bist du gerade draußen unterwegs? Ja. Ich will mal gucken, wie man ausguckt. So ist mir das. Moin, Meister. Moin, Collier. Die Arbeit verlangt aufmerksamkeit. Viel Spaß noch und bis später irgendwann. Alles klar, Steve. Wir haufen da rein. Danke fürs reinschauen. Ja. Dann würde ich mal behaupten, wir bauen ein Auto. I guess. Aber ich würde das gerne noch bauen. Warte mal. Kann ich das so craften? Nee, ich brauche Workbench Level 2. Workbench Level 2. So, dann machen wir nämlich noch ein Taxi-Vehikel. Dann können wir bestimmt richtig dick auf Loot-Tour gehen. Das fühle ich jetzt schon. I guess so. I guess so. Ich würde so ein Loot-Auto gerne basteln. Tatsächlich. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles, was man für ein Auto braucht. Zumindest das erste. I guess. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. So, dann schauen wir mal. Sprengstoff. Wir sollen ja eine Base besuchen gehen. Yes, sir. Nee. Nee, 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 nee. Nicht relaxen. Nicht relaxen. Space in die Luft springen. Noch hat er uns nichts getan. Ist nur eine Präventivmausnahme. So, kann ich jetzt hier bauen? Ist die Frage. Kann ich hier... Aber wie? Ah, warte mal. Nee, ich glaube, ich weiß, was wir brauchen. Kann es sein, dass wir die... Wie baut man ein Auto? Kann es sein, dass man die... Wo ist denn die? Warte. Electrical Dester. Ich glaube, wir brauchen das Modular Car Lift, oder? Das erlaubst du zu modify Modular... Modular Vehicles. Junge, steht bei uns vor der Tür. Ich komme gleich mit dem Schwert ran, ey. Guck einfach von oben und knall dir mit dem Kopf, oder so. Ich habe einen Bogen. Fändest du das lustig hier draußen? Da hat wer geschossen? Ich. Auf wen? Der auch immer hier auf dem Dach rumreiert. Ach, da ist er, Alter, ja. True. Ja, aber der ist ohne... Ach so, okay. Weil, wenn er ohne Einladung da wäre, dann hätte ich jetzt einfach abgeschossen. Ja, es ist aber Selina und... Du hast gerade auf Selina... Du hast auf Selina schon wieder geschossen. Neben, neben Selina. Ich habe in die Luft geschossen. Okay. Ich brauche ein Gear. Warum kommst du denn nicht hier rein, dass ich dann... Ich stütze mich gleich. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Ich stütze mich nicht vom Dach. Du stützt dich nicht vom Dach. Sonst schicke ich den aus Selina vorbei, der... Sagt, nein, springe nicht. Äh, ja, hallo. Guten Tag. Hallo. Warum bist du nicht da mal rein gekommen? Ich würde dich eigentlich überraschen, dann werde ich im Fall abgeschossen. Sorry. Wie wolltest du überraschen? Er lagst du die ganze Zeit davon, dass er hier vorbeikommen will und dann springt einer random auf dem Dach rum. Und ich habe deinen Namen erst nicht gesehen. Warte, ich mache mit. Okay, äh... Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ihr so tolle Musik macht. Ich wusste, Steff, überhaupt. Nirgendwo. Grüß, Naker. Wenn ich schon höre, wie die Musik lauter wird. Wieso? Wieso? Wo sind denn die Gears? Wir hatten doch Unmenge an Gears. Die habe ich doch vorher erst gesehen oder nicht? Nimm mal mit. So. Oh, musst du Global Chat nicht an, weil der Requested-Porter, dass er ausgegangen... Ausgemacht wird. So, Nala. War mega geil, wieder bei dir reinzuschauen und selbst wenn ich nicht so oft da sein kann, mein Sub hast du immer. Dankeschön, Ryan. Vielen lieben Dank. So. Dann bauen wir das. Ich baue jetzt ein Auto, Selina. Cool. Okay, nice. Nice. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Ja, ich... Soll ich das hier drin jetzt nicht bauen? Nein. Nicht im Haus. Da kommst du nicht durch. Das habe ich schon getestet, Steff. Ich wollte... Just in case. Just in case. Aber hast du ein bisschen Schaden gemacht oder war das die Wand? Nein, nein, nein. Das war unser Stacheldraht. Okay, okay, okay. Okay, ich mache das Testweise hier einfach mal. Eine Gorosche. Wie kann man überhaupt Global schreiben? Wir gar... Äh, ja, also wir können normal schreiben. Ne, Global ist ja bei mir Test. Global habe ich, glaube ich... Ich weiß nicht, ob man den Global wieder aktivieren kann. Ich glaube, wir müssen den Global wieder aktivieren. Der Global ist aktiv. Nee, ich kann zwischen Team und Global switchen. Ja, aber dann schreibt mal in Global rein. Hi. Enter und dann tappst du, wenn du im... im Chat bist. Okay, es geht. Wie es geht. Global geht. Ich kann nichts schreiben. Also ich kann schreiben, aber es wird nicht angezeigt. Wo bauen wir die Garage hin, Selina? Und hör auf jetzt, wag es nicht. Hey, ich habe meine Gitarre nicht mehr in der Hand. Okay. Ich würde die hier hin machen, oder? Ja, ist auch nice. So, hier hin so. Dann brauchen wir erst mal... Äh... Wo ist mein Hämmerchen? Da ist mein Hämmerchen. Okay. Ich fühle mich gestalkt. Ich fühle mich offended durch den Satzbau, der da gerade im Chat stand, im Old Chat. Der im Old Chat? Ja, wieso sehe ich das nicht? Selina hat das ausgeschalten in seinen... Aus... Ah! Ich kann es nicht mal aussprechen. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe das nicht mal. Was? Du kannst es nicht lesen? Nein! Oh krass. Sag, wenn ich auch... Ich bin der Captain. Kommt nix. Ja, also ich kann es lesen. Echt jetzt? Du schreibst halt in Team Chat. Ja. Ja, warte. Ja, dann schreibe ich in Global. Ich bin der Captain. Enter. Ja, ich kann es... Es wird bei mir angezeigt. Da fuck! Aber wie kann man den unmuten? Unmute Global. Geht nicht. In den Einstellungen. Options. User Interface. Ich muss jetzt irgendwie 50 High Quality Metal haben. Wer will mit mir auf Reise gehen? Ja, muss ich da mal... Ne, ich jetzt nicht, weil ich bin gerade am... Oder wir warten aufs Auto und fahren mit dem Auto, ey. So. Muss ja schön ausschauen, ne? Wird ne richtig schöne... Schön, schön. Du bist leicht im Weg. Aber nur leicht. Uh. Okay, okay, okay. Brauchen wir denn nicht noch Reifen oder sowas? Ich frage für einen Freund. Ich kenne mich ja mit Autos nicht so aus. So kann ich das jetzt hier einfach... Ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Brauchen wir nicht noch Reifen? Nein. Nein, nein, nein. Reifen sind... Insufficient Power... Aber wie kann ich jetzt ein Auto bauen? I don't know. Gunpowder Metal Fragments. Wie kann man jetzt ein Auto bauen? Ich... Wie geht denn das? Weiß jemand, wie das geht? Use Interface. User Interface. Achso, warte. User Interface. Ah. Off. Okay. Du musst es, glaube ich, von der Straße holen. Was muss ich von der Straße holen? Achso. Okay. Dann habe ich jetzt eine Quest. Es wird ja alles mitgenommen, Freunde. Es wird ja alles mitgenommen. Hashtag ist halt Rust. Okay. Wie bist du eigentlich auf dem Dach gespawnt, Selina? Oder bist du da hochgelaufen? Ja, ich weiß, dass ich die Zeile mitnehmen muss. Ja, ja. Und Fuel. Ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg. Chill doch mal. Zack. 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 So. Ne. Falsch rum. So. Gut. Gut. Fuelhammer. Das Zeughammer. Hammer, Hammer. Ja, Leute. Ich komme gleich wieder mit dem Auto. Ich sage, wie es ist. Ich komme mit. Ja, dann hole ich aber, warte mal, dann brauche ich noch ein bisschen Weapons, nicht, dass der Relaxo meint. Der kann da einen auf Jimmy Jenga machen. Der kriegt ein Schwert in den Arsch. Nein. Schmeißen wir ihn so im Kopf. Nur, nur, ne? Ich komme gleich mit. Gib mir ein paar Sekunden. Ich gebe dir ein paar Sekunden, ja. Ausnahmsweise. So. Ich mache gerade schon Munition für unser nächstes Abenteuer irgendwann. Ist das ein Shotgun? Ja, ich glaube, ja. Oh, lol. Ich wollte gar nicht. Jetzt habe ich noch irgendwas mitgenommen. Ne. Irgendwas habe ich noch mitgenommen, was ich nicht mitnehmen wollte. Wenn man so ein Schwert wirft, kann man es danach wieder aufheben? Ich weiß es nicht. Probier mal. Ich lüge mal. Jetzt habe ich ein bisschen Tabletop Simulator. Alles klar, Havok. Wünsche dir was. Viel Spaß. Wie schaue ich euch aus? Ja, es geht. Dann suchen wir uns ein Auto. Achso, wir müssen ja noch auf Selina warten. Warte mal. Grüße gehen raus an Selanos von Apolle bei Bohr. Apolle bei Bohr. Grüße gehen zurück. Ja, ja, danke. Ähm, so. Jetzt sind wir hier. Available. Available. Wunderbar. Würde ich sagen, äh... Was ist der Plan? Auto suchen. Auto suchen? Ein Auto suchen. Okay. Ich habe kein Essen dabei. Brauchen wir nicht. Wir fahren ja gleich wieder zurück. Scheiße, ich habe auch fast nicht... Ich muss was essen, bevor wir losgehen. Ist das eine Pumpe, die ich habe? Oder ist das ein Gewehr? Muss noch jemand aufs Klo, bevor wir losfahren? Nein, nein. Das ist ein Gewehr. Okay. Ich habe mich übrigens auch ein bisschen umgeschafftet. Wir haben jetzt zwei Grills, ne? Ja, habe ich gesehen. Ist so nice. So nice, wir haben zwei Grills. Zwei Grills, lol. Hat jetzt ein bisschen gedauert, tatsächlich. Muss ich zugeben. Ich weiß ja nicht. Selina, hast du deine Instrumente mit? Yes, ich habe meine Gitarre mit dabei. Das ist sehr wichtig. Es naht, es naht sich die Nacht, meine Lieben. Ich, äh... Moin, Steff, Jules, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Wir hatten irgendeine Knarre, die vorne... Äh... Hörst du den Heli? Ich ja. Ich gehe nicht raus. Der ist aber... Nee, das ist... Ja, aber ich glaube... Da... 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 Da fliegt eine Drohne. Warte, voll. Wir werden ausspioniert. Abknallen, Leute. Abknallen. Das ist nicht der Heli. Das ist die Drohne gewesen. So, es gibt so selbstgebaute Helis, die man sich kaufen kann. Da haben wir so ein bisschen Schrott. Der kostet 750. Wir haben genug. Wir könnten es auch einkaufen. Wieso liegt hier ein Sleep Bag übrigens? Haben wir eine Fackel mit? Will ich es kaputt machen? Ja. Hey, ich hab doch schon gerade Hilfe von ihm erlauben zu sehen. Ja, sag ich ja. Das ist der Mini-Heli gewesen. So. Das ist 100 pro Relaxo, der jetzt unbedingt hier rüberkommen will. Lass ihn abschießen. Ja, das glaube ich auch. Lass ihn abschießen. Wir sind zu dritt. Wir haben alle Waffen. Ich hab nur ne Pumpe dabei. Ich hab übrigens auch keine Fackel dabei. Ich war drauf. Ähm. What the fuck? Ja, siehst du. Ah. Ah.